Eine Alternative zum Elgato Cam Link und das für roundabout 15 Euro. Ich habe es gewagt, ich habe bei Amazon mal einen der günstigsten USB-Sticks bestellt, mit denen man anscheinend HDMI-Videosignale captchern kann. Also wie ein Elgato Cam Link. Und das Ding hat gerade mal 15 Euro gekostet. Ja, wenn man sich die Verpackung anschaut, ist das Teil auch ziemlich vielversprechend. Und ich möchte mit euch gemeinsam in diesem Video mal den Versuch wagen und daran eine Sony A5100 anschließen. Das Ganze dann in OBS Studio einbinden und wir schauen mal, was man mit so einem günstigen Gerät machen kann. Ja, das ist eine ganz schöne Liste, die auf dieser Verpackung drauf ist. Bis zu 4K soll das Gerät unterstützen an Input. Output wäre dann bis zu 1080p, 8, 10 oder 12 Bit Farbtiefe wird auch angegeben. Und das Ganze soll bis zu 15 Meter Kabellänge unterstützen bei USB 2.0. Müsst ihr euch mal vorstellen, an einem USB 2.0 Port soll das Ganze funktionieren. Ja, okay. Die maximale Ausgabe soll dabei bei 1080p 30fps liegen. Reicht ja an sich auch vollkommen, wenn man das Ganze für eine Facecam benutzt. Ja, jetzt bin ich echt gespannt. Ich würde sagen, wir nehmen mal das kleine Gerät, stecken das an den Computer und schließen dann mal die Kamera an. So, ich habe jetzt hier einfach meine Sony A5100 genommen. Die ist mit einem Micro HDMI auf HDMI Kabel an dem USB Stick und der ist an einem USB 2.0 Port. Also wirklich nur USB 2.0. Das Gerät wird sofort automatisch von Windows erkannt, die Treiber installiert. Und ich würde sagen, wir versuchen das Ganze jetzt mal in OBS einzubinden. Also gehen wir hier in OBS einfach mal auf das Plus, dann auf Videoaufnahmegerät. Wir lassen das Ganze jetzt auch mal Videoaufnahmegerät. Und da bin ich schon. Das ist ja der Hammer. Gerät USB Video. So wird es erkannt. Gerät ist Standard. Scheint auf 1080p zu sein. Mal gucken, was können wir denn hier noch einstellen? Wir setzen mal die Auflösung fest auf 1080p und machen dann FPS an Ausgabe aus. Wir machen mal höchstmögliche. Sollte aber bei 30 FPS liegen. Mehr geht nicht Videoformat. Videoformat haben wir sogar statt nur MJPEG, was an sich völlig ausreicht. Erstmal auch YUY2. Also ein bisschen besseres Farbformat bzw. Videoformat. Wir nehmen mal YUY2. Oh ja, YUY2 könnt ihr knicken. Das fängt ja total an zu lecken. Das geht ja gar nicht mehr. Gehen wir mal lieber wieder auf MJPEG. Das läuft aber auch super flüssig. Farbraum solltet ihr dann auf 709 stellen und Farbbereich auf teilweise. Da ist es. Funktioniert. Hallo. Das ist ja der Hammer. Und wenn ihr euch das mal anschaut. Also es ist an sich kaum Latenz zu sehen. Das Ganze hat vielleicht. Na, ich würde jetzt so tippen. So 50 bis 100 Millisekunden Latenz. Mehr nicht. Das ist schon echt stark. Wirklich stark. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so einfach funktioniert. Okay, also Wahnsinn. Ich muss wirklich sagen, für den Preis hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so einfach klappt. Anstecken. Kamera dran. Fertig. Mehr ist es ja nicht gewesen. Und das Ganze wurde direkt auch in OBS erkannt. Ich kann da flüssig meine Kamera benutzen. Mit MJPEG. Mit YY2 funktioniert das Ganze nicht so gut. Aber MJPEG reicht auch vollkommen aus. Das ist eigentlich das Videoformat, was ihr auch verwendet, wenn ihr zum Beispiel eine Webcam einbindet. Für 1080p also vollkommen ausreichend. Dann möchte ich aber eine Sache sagen, wenn ihr jetzt wirklich eine 4K-Kamera habt und ihr wollt hochwertige 4K-Aufnahmen erstellen, in OBS zum Beispiel, dann solltet ihr so einen Stick nicht nehmen. Der Stick gibt zwar an, dass er 4K runterskaliert auf 1080p bei 30p, aber wenn ihr eine 4K-Kamera habt, wollt ihr halt auch 4K aufnehmen. Das heißt also, wenn man wirklich auf eine günstige Alternative angewiesen ist oder nach einer günstigen Alternative sucht, um seine Kamera, Systemkamera, in den Stream einzubinden, dann ist das Ding wirklich nicht verkehrt. Bei 15 Euro kann man nichts verkehrt machen. Plug and Play. Kamera angeschlossen. Wird sofort erkannt. 1080p 30. Aus die Maus. Läuft. Also wirklich, ich habe ja schon viele Capture-Karten getestet und die sind von den Preisen natürlich auch irgendwo wesentlich über 15 Euro gewesen und da habe ich mir immer gedacht, so 15 Euro, wieso man denn für 15 Euro ein USB-Device herstellen, was dann sogar noch ein HDMI-Signal grabben kann und funktioniert. Funktioniert. Macht dir nichts verkehrt. Ich habe das Teil, was ich hier ausprobiert habe, mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das Lustige ist, wenn man sich diesen Stick mal anguckt, der ist bei mir jetzt von South Sky. Aber genau den gleichen Stick, den findet ihr von zig verschiedenen Herstellern auf Amazon, auf Ebay, auf AliExpress. Der sieht immer gleich aus. Immer wie der hier. Sind immer verschiedene Hersteller drauf. Also ich denke mal, dass da irgendwo aus dem China-Markt ein oder dasselbe Ding halt einfach verkauft wird in Mengen und jeder Hersteller packt da einfach seinen Namen drauf und aus die Maus. Lustig. Wirklich cool. Würde mich auch mal interessieren, ob ihr bereits schon so einen günstigen USB-HDMI-Grabber gekauft habt und was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. So, da sind wir an sich eigentlich auch schon am Ende des Videos angekommen. Kein klassisches Video, wie ihr es sonst von mir kennt, mit einem ausführlichen Tutorial-Guide, sondern ich wollte halt einfach mal ausprobieren. Wurde ja schon öfter gefragt im Stream, hast du auch mal die günstigen Capture-Devices getestet? Und ich dachte mir, fang doch mal mit einer Cam-Link-Alternative an, weil Cam-Link war ja auch lange Zeit nicht zu bekommen. Und wenn zu Preisen, die doch sehr gestiegen waren, dann, ihr wisst schon wem, vielleicht sollte ich auch in Zukunft mal Capture-Karten für Konsolen-Gameplay und so weiter von günstigeren No-Name-Anbietern testen. Einfach mal, um Alternativen zu schaffen und zu gucken, was es da so gibt. Lasst mich doch einfach mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, wenn ich auch mal so No-Name-Sachen teste. Aber bis dahin kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.